malzeit leute kevin hier am start und willkommen zu einer neuen runde zombie wieder mit dem alex hallo und heute wieder das riesen handicap den absoluten oberpflegefall dabei namens chris auch bekannte als tumor leider kriegen wir nie die sachen zu hören die vor den aufnahmen passieren dann wird ihr eines besseren belehrt sein ich bin der typ in ruhe alter wie schießt man überhaupt noch mal so ich habe die nebulachs ich schieße ich der mit dem rechten stick das ist du kannst sich mal schießen nur hub und mal an alle zombie pros oder wannabe zombie pros die meinten immer zu schreiben ja ihr seid falsch ich komme mit dem messer weiter als ihr ja freudig ein lochenarsch interessiert keinen menschen wir spielen das nicht damit wir weit kommen sondern wir wollen also ich war es drin haben ich hätte so ein geiles kommentar bekommen was bist du in fünf können wir mal du hast galil und gehst ja noch an die kiste an mann bist du nun der mein gott beste waffe junger ach wo bin ich hatte ich so warte mal kurz wir müssen ich bin der rote wer von euch ist wer ich bin grün ich bin die farbe der hoffnung nee das schimmel einfach nur wie kann man auch mal granaten werfen gar nicht ja auch granaten und Atombomben meine ich bist du doof ich glaube mit l2 wird doch unten links angezeigt drei leben eine Atombombe und ein blitz ding und ratatatatatatam wo siehst du granaten nirgends also hat sich die frage erübrigt am munition tonne fester ich bin der müllmann orange ist nur die müllabfuhr das dauerballern ihr dann auf den sack alter echt alles meins meins ja wo wollen wir lang ach wir können ja oben dank wir schwimmen ihr könnt ja erstmal tippen wie weit wir denn überhaupt kommen ich glaube ich glaube jetzt keiner anders als eine ahnung wie so ungefähr der standard überhaupt ist hier wie weit man kommen sollte ja das sehr selten glaube ich gespielt wird ich habe übrigens ein teddy bear angesammelt ja auch so eine dicke waffe haben ich sehe nix ich sehe ich der blockiert mir die ganze sicht der junge siehst du ähnliches mit einem maulwurf aufauren was das ich schieße auf dich aber kommt auf welche meine punkte mein schatz teleport auf den neuen bereich betreten chris nicht an diese komischen pfosten rangehen das haben wir schon mal öfters bemerkt als irgendwie kein zombie mehr übrig war oder sowas dann ist der letzte von uns der am leben war da reingelaufen des öfteren für augen halt irgendwie waffen weg oder so nein muss nur aufsammeln ich finde das beste ist eigentlich die mg ja wenn du da einmal richtig rin rotz da wächst kein krass mehr äffchen einfach nur weglaufen nie kann man den siegeln easy going aber die töten zauber ist nein ich bin tot schlecht seltener leute mit was für nur psychische zusammenspielen müssen ja mit was für einen nun wir sind wir was ist das auch singular was soll es ist cool ich denke immer ich bin der grüne verwirrt ich weiß auch mit der hoffnung bin ich im g komm jetzt neue runde hier ich bin das scheiß ding dran gekommen voll idiot schlecht schlecht und war noch punkte echt mal ich will es töten ach schade punkte 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 alles meins komm jetzt schneller hier dreckstermies ah was macht ihr da ich weiß ich ich komme mit den roten typen nicht zurecht der fällt der fällt so schwer ins auge bei mir da wird es liegen mit vielfassig problem dass man damit ball spielt oh joh nein nein jetzt geht's ab junge wie im real life nehmen wir auf den roten nacht nehmen wir auf den roten nachten alex so fahr ich übrigens auch über die straßen bei uns zum morgens beim schul beim schulweg ja ein zebra steif mit schulkindern Der hat das Video schon weggesagt. Fast and Furious, Alter. Natürlich. Ja, passt ja. Zu Teil 6, ne? Ja. Nuke. Jetzt kommt der scheiß Regen, Bruder, Alter. Wo war nochmal der Blitz? Äh... Der Blitz war R2. Das war so eine Art Sprinten. Und der Nuke? Das war wahrscheinlich L2. R2. Oder RT, meinst du? L2. L2, ja, okay. Wird ich mal schätzen. Ah, ein MG. Ja, gut. L2 war Nuke. Jetzt hab ich's verschwendet, Alex. Nur weil du mir das gesagt hast. Wieso? Ich hab doch gesagt, L2 ist Nuke. Ja, jetzt würde ich's sagen dürfen. Hätte ich auch meinen verschwendet. Was ist das für eine Logik? Weiß ich nicht. Müssen wir einen weiter? Nee, müssen wir hierbleiben. Ey, ich wollte mal eine Pumpe da. L2 einsammeln. Was dat denn für eine... Scheiß auf deine Punkte. Was dat denn für eine Grabstätte, ey? Komm her, hier. Weg, Jörn. Ich mein, die Pumpe da aus. Oh, nein. Oh mein Gott. Ich bin jetzt ein Hubschrauber. 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 Ich komme hier ohne Probleme aus der Oben Ansicht, da unten Stiefel, Muckschuhe. Genau. Die stinken so stark, da zischt man richtig ab. Ja. Könnten fast die von Chris sein. Richtig. Über ein Leichen, über ein Leichen. Weil Chris da immer noch krasser sind. Ja. Was haben wir hier Schönes? Vogel. Geld. Geld. Komm, wir sind Nazi-Zombies. Gerade sahen die alle einigermaßen freundlich aus. Ja, die sehen so alle aus wie Kevin wieder. Ach. Nur Hilfe. Moment, achte, ich bin ja schon wieder... Ich habe mich schon wieder als den Grünen gesehen. Ich bin so verwirrt mit dieser Farbe. Das Rotflinte ist da unten. Sag mal, ein New Clip, man. Ja. Mein... Was? Du warst viel R dran. Nein. Das ist nicht schön. Nö. Ja. Oder Ende hier. Easy going, Junge, mit mir. Und Chris schießt wieder nichts ab. Wer hat denn am meisten Punkte? Alex. Yeah. Da bin ich schon so oft unnötig verreckt. Da bin ich schon so oft unnötig verreckt. Ich will hier alles einsammeln, hier. Ich weiß, wie der Spielmodus funktioniert. Nur ich habe mich mit meiner Farbe noch nicht abgefunden. Juck. Aber ich habe ja einen Vogel, sehe ich jetzt aus. Du hast eigentlich einen Vogel, ey. Sei nicht so unfreundlich. Oh, jetzt kommen sie alle zu mir hoch. Manuel, kennt man ja noch nicht mehr. Oh, da unten. Mega MG und so. Da kommen das gerade... Boah, jetzt will ich das Ding holen und verrecke. Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Da musst du nicht verrecken. Da liegt noch irgendwas. Nein! Ach, Granatwerfer. Die Füße zwei Meter weit fliegen, die Scheißgranaten. Extrem weit also. Ja. Chris, ist dein Controller ausgegangen, oder was? Nö. Und wenn wir eh ins nächste Level laufen, muss ich nicht hinterherlaufen. Reicht, wenn einer durchläuft. Wir müssen aber gemeinsam gehen. Wir sind ein Team. Echt, Mann. Naja, Chris ist eher so ein Waterboy. So ein Anhängsel. Unerwünscht, aber er ist da. Handtuchträger. Ja, Karin, du bist wie die Gurke beim Cheeseburger. Immer da, aber keiner will dich. Mann, halt die Fresse, Junge! Wo bin ich? Ich bin tot. Ach, du bist gefreckt, zum Glück. Was ist denn da an der Ecke? Ah! Schutsche! Es ist ein Teddybär. Sollen wir den Jux finden? Nein, brauchst jetzt nicht. LT war das, ne? Jux, wo kommt die? Was hat denn für eine dicke Waffe? Das ist ein MG. Ein stationäres Maschinengewehr. Schon wieder tot. Ja, hör auf zu sterben. Ach, ey, ich verliere hier so schnell den Überblick, Alter. Ja, ich auch. Ich hab jetzt kein Leben mehr. Ich brauche Leben. Dunkel. Wo lang? Oh, nein! Ganz. Mir ist das mir auch passiert. Ich hab gerade auf den Lappi geguckt. Und wollte rennen. Oh, das ist unglaublich. Ihr seid Helden. Aber ich bin wohl da. Oh, nein, 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 oh, ich bin fast in diesen Pfeiler reingelaufen. Da sind ganz viele Gollums, Kevin, ey. Ja, da müsstest du jetzt leise sind. Da bin ich schon wieder tot. Du bist die Verkörperung von Gollum. Ey, diese scheiß Stromdinger. Ja. Soll nicht immer reinrennen. Ja. Ja, echt mal, ey. Hallo, was ist denn los? Ich habe... Ich bin tot. Ja, toll. Das war es schon? Naja, wir sind alle drei verreckt. Achso, ich dachte, man hat mehrere Leben. Ihr seid so unglaublich schlecht, ey. Guck dir heute Punkte an. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Wie gesagt, wir überlassen den Padawan immer den Vordertritt. Ja. Echt mal, Alter, das ist zu dritt. Nur noch Feuer und keine Ahnung. Ey, da ist ein Padawan auch nicht. Ich mag die Viecher nicht. Ja, und trotzdem triffst Alex. Ja, siehst du was. Ja, das ist doch immer so. Ich bin überlebend. Ja. Los, drücke A jetzt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wie erwartet Chris auf dem letzten Platz? Wie erwartet auch... Naja, wenn der Altmeister einfach den Padawan im Vordertritt überlässt. Ja, ist okay. Träum weiter. Und ja, ich würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das letzte Wort hat Chris und das vorletzte hat Alex. Ich sage auch nur tschüss und ja, bitte hört jetzt nicht zu, was Chris sagt. Nichtsdestotrotz, aber euch hat es gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Wow, was? Oh nein, na jetzt muss ich nicht reden. Knall sie einfach ab. Dumm Bitches ey. Die sind, ich glaube die sind zu viert, aber einmal auf mich gesprungen. Schaffe ich das? Da sind welche hinter dir. Komm, schnell. Ja, ich glaube die sind.